Ja, herzlich willkommen zum Web-Talk. Kurzfristige Reformen, langfristige Folgen. Geht es noch um die Kinder? Wir haben jetzt gerade noch einen Augenblick gewartet, weil sich doch so viele einwählen. Mein Name ist Annette Stein. Ich bin Direktorin des Programms Bildung und Next Generation der Bertelsmann Stiftung und ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen und werde unseren Web-Talk hier heute moderieren. Wir freuen uns sehr, dass wir eine so spannende Runde heute mit verschiedenen Expertisen für unser Podium gewinnen konnten. Leider ist Frau Dr. Warning vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung kurzfristig erkrankt und fällt heute leider aus. Unsere anderen Gäste werde ich gleich aber vorstellen. Ebenfalls freuen wir uns heute sehr über das große Interesse von Ihnen. Wir sind schon deutlich über 300 jetzt in dieser Runde. Die rege Resonanz an dieser Veranstaltung teilzunehmen, zeigt sich ja, wie relevant das Thema auch im Augenblick ist. Wir möchten heute den Austausch mit unseren Expertinnen in den Mittelpunkt stellen und deshalb wird es nicht möglich sein, dass Sie als Zuschauer aktiv mitdiskutieren können. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und im Nachgang auch auf dem YouTube-Kanal der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt, sodass damit hoffentlich auch alle Interessierten teilnehmen oder nachträglich sehen können, die heute nicht live dabei sein können. Unser Ziel heute für diese Runde ist es, einen sehr genauen Blick auf die aktuelle Herausforderungen im Feld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu werfen. Dabei geht es uns darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen aufzuzeigen und die damit auch verbundenen Dilemmata im Feld und die Grenzen zu betrachten, an die das System inzwischen dadurch auch stößt. Wir möchten diskutieren, welche Tendenzen die aktuellen Reformen derzeit aufweisen und welche Folgen dies haben kann. Vor allem möchten wir den Blick wieder auf das Kind richten und prüfen, ob das Wohl der Kinder bei den aktuellen Entwicklungen immer der Richtwerk ist und welche alternativen Wege vielleicht notwendig sind, um diesem Ziel auch besser gerecht werden zu können. Ausgangspunkt für uns heute ist eine Stellungnahme, die letzte Woche von einem ExpertInnen-Gremium aus pädagogischen Fachkräften, Leitungskräften und Fachberaterinnen aus den 16 Bundesländern veröffentlicht wurde, dem von der Stiftung initiierten Fachkräftesforum. Und auf diese Stellungnahme werden die Sprecherinnen des Forums nachher selbst eingehen und aufzeigen, welche Konsequenzen sich aus ihrer Sicht daraus ableiten müssen. Vorab jetzt würden wir gerne noch eine kurze Umfrage mit Ihnen allen starten. Da wir die Einladung zu dieser Veranstaltung ohne Anmeldung gestaltet haben, wissen wir deswegen heute auch gar nicht, wer sich dazu geschaltet hat. Und da sind wir natürlich sehr neugierig, Sie selbst wahrscheinlich auch. Und deswegen eine Bitte jetzt, beantworten Sie uns doch jetzt anschließend die Frage, in welcher Funktion Sie heute teilnehmen. Und die Umfrage starten uns. Das ist interessant, wie schnell 350 Personen, etwas mehr sogar, jetzt hier tatsächlich abstimmen können. Also noch sind nicht alle Stimmen drin, aber schon ziemlich viele. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Das Bild zeigt sich aber, glaube ich, schon, wie sozusagen hier die Vertretung ist. Wir sind jetzt schon bei deutlich über 90 Prozent, die teilgenommen haben. Von daher würde ich vorschlagen, ja, kommen immer noch ein paar rein. Ja, aber ich würde vorschlagen, dass wir hier auch das schon beenden können. Und es ist interessant, dass wir einerseits die Kita-Praxis ganz stark vertreten haben. Die Verwaltung und Trägerverbände ist aber ähnlich stark. Also ein Viertel kommt aus der Kita-Praxis, 20 Prozent, rund 20 Prozent aus der Verwaltung und rund 20 Prozent von Trägerverbänden. Wir haben einen großen Teil Sonstiges. Da sind vielleicht auch Stiftungen, so wie wir, dabei. Aber wir haben auch die Wissenschaft vertreten, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber. Wir haben Elternvertreter dabei und Politik insgesamt. Und damit gebe ich hier das Bild auch schon bei. Ich denke, Sie müssten das jetzt erkennen können. Ja, interessant. Herzlichen Dank, dass Sie uns das zurückgemeldet haben. Und es freut uns natürlich sehr, dass aus so vielen unterschiedlichen Bereichen jetzt Personen hier mit dabei sind. Und damit starte ich jetzt auch schon, möchte überleiten oder übergeben an das Fachkräfteforum und darf zunächst die beiden Sprecherinnen, die heute hier mit dabei sind, vorstellen. Das ist einmal Antje Süchting und Sonja Zipper. Antje Süchting ist Fachberaterin bei der Lebenshilfe in Husum in Schleswig-Holstein. Und Sonja Zipper ist ebenfalls Kita-Fachberatung und arbeitet in Berlin als Fachreferentin der Caritas dort im Erzlustrum. Schön, dass Sie beide hier sind. Antje Süchting wird zunächst kurz das Fachkräfteforum und dann die zentralen Aussagen der aktuellen Stellungnahme vorstellen. Und damit herzlich willkommen nochmal, Frau Süchting. Und wir hören Ihnen gerne zu. Moin. Ich bin Antje Süchting und tatsächlich im Moment Kita-Leitung in Husum, Schleswig-Holstein und Sprecherin fürs Fachkräfteforum. Wir, das Fachkräfteforum, sind Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen Bildung. Wir sind Kita-Fachkräfte, Kindertagesstättenleitungen und Leiter und FachberaterInnen aus allen 16 Bundesländern. Wir bringen unser Wissen und unsere Erfahrungen aus der Praxis im Forum zusammen und möchten Vordenkende sein mit Visionen und innovativen Lösungsideen für die Bildungseinrichtungen Kita. Dabei berücksichtigen wir Unterschiede, nämlich zwischen den Bundesländern, den Regionen sowie Stadt und Land und des Weiteren auch zwischen Trägern, Einrichtungen und Konzeptionen. Wir erdenken und diskutieren konkret Reformvorschläge zur Weiterentwicklung des Systems der frühkindlichen Bildung. Dafür treten wir dann auch öffentlich ein. Auf die Inhalte des Positionspapiers gehen wir gleich noch im Verlauf näher ein. Wir heben aber Folgendes hervor. Wichtiger Punkt. In aktuellen Debatten zur Gesamtstrategie Fachkräfte müssen die Perspektiven der Fachkräfte mit einfließen. Wir Kita-Fachkräfte wollen für die dringend erforderlichen Reformen den Blick wieder auf das Kind lenken. Wir wollen, dass seine Bedürfnisse gesehen werden. Noch ein wichtiger Punkt. In vielen Kitas können nicht alle an sie gestellten Anforderungen erfüllt werden. Es erschwert bedarfsgerechte Angebote oder schränkt sie sogar ein. Kitas wollen ihren Bildungsauftrag erfüllen. Das müssen sie aber auch leisten können. Kurzfristig brauchen sie deshalb für eine kindgerechte Kita-Praxis die Möglichkeit, Kompromisse einzugehen. Langfristig muss die Professionalität der Fachkräfte gesichert werden. Sie ist notwendig für eine kindgerechte Kita-Praxis sowie für eine nachhaltige und kinderrechtsorientierte Gestaltung. Wir wollen die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung nachhaltig weiterbringen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Wirkung eines Kita-Besuchs für die Kinder muss im Vordergrund stehen. Nur eine gute Kita hat positive Effekte für die Bildungs- und Lebensbiografie eines Kindes. Ausreichende und bedarfsgerechte, hochwertige Angebote sind Grundsteine für spätere Bildungserfolge, aber auch Voraussetzungen für Integration und Teilhabe. Wir brauchen eine verantwortliche Vorgehensweise in der Krise. Maßnahmen müssen umsetzbar sein und Kinder immer an erster Stelle stehen. Schafft ausreichend Kita-Plätze und gebt den Kindern wieder gute und starke Kitas, damit wir sie sich individuell entwickeln können und wir wieder professional handeln können. Ganz herzlichen Dank, Frau Süchting, dafür auch, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute diese Runde zu eröffnen. Das ist ja immer was Besonderes, als Erste zu starten. Also vielen Dank an Sie. Vielen Dank an das Fachkräfteforum, das uns ja auch mit der Stellungnahme und dem Positionspapier die Grundlage für heute gelegt hat. Das Fachkräfteforum betont, dass langfristig die Professionalität der Fachkräfte für ein kindgerechtes Handeln gesichert werden muss. Neben den beiden Sprecherinnen des Fachkräfteforums darf ich deswegen jetzt auch vier Expertinnen herzlich begrüßen, die heute mit uns in diesem Web-Talk diesen und auch weiteren Themen nachgehen werden. Und ich fange an mit Ihnen, liebe Frau Reemsberger-Kehme. Sie sind Professorin für frühkindliche Bildung an der Hochschule Fulda. Warum ist aus Perspektive der Wissenschaft, ganz konkret bei Ihnen der Kindheitsforschung, professionelles pädagogisches Handeln in Kitas so bedeutsam und was ist dafür erforderlich? Ja, vielen Dank, Frau Stein. Ich finde, im Positionspapier ist das schon sehr treffend beschrieben. Kinder haben ein Recht, und das wissen wir alle, auf bestmögliche Entwicklung, auf Gesundheit, auf Bildung. Und sie haben ein Recht auf Schutz, auf Förderung und Beteiligung. Und wenn wir nun in den Kitas die Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern fördern und unterstützen wollen, dann müssen pädagogische Fachkräfte wissen, was Kinder brauchen, um sich gut entwickeln und lernen zu können. Und dazu zählen ganz fundamental Schutz, Sicherheit, Bindung, die Möglichkeit, sich die Welt anzueignen, Orientierung und auch der Schutz des Selbstwertgefühls der Kinder. Die Erfüllung der Grundbedürfnisse ist daher Grundvoraussetzung für das Lernen von Kindern. Und professionell zu handeln bedeutet daher, dass erwachsene pädagogische Fachkräfte Beziehungen mit Kindern eingehen, dass sie verlässlich für sie da sind, dass sie wahrnehmen, was die Kinder brauchen, dass sie den Kindern zuhören und ihnen antworten und sie mit Geduld beim Lernen begleiten. Wenn Kinder ein solch feinfühliges Verhalten der Fachkräfte in den Kitas erleben, dann gibt ihnen das Schutz und Sicherheit. Die Kinder entwickeln Vertrauen und können ihre Beziehung zu den Fachkräften aufbauen. Die Kinder können auf dieser Basis erleben, dass ihre Umwelt interessant ist. Sie können sich denen neugierig zuwenden und ihre Umwelt entdecken. Und die Kinder erfahren durch die Resonanz der pädagogischen Fachkräfte, dass sie selber etwas bewirken können und dass sie ein ganz wichtiger Teil der Gemeinschaft sind. Das, was Kinder so grundlegend für ihre Entwicklung brauchen und für ihr Lernen brauchen, kann ich als pädagogische Fachkraft Kindern aber nur dann geben, wenn ich die Möglichkeit habe, mich Kindern in Ruhe zuzuwenden. Und ich brauche dafür als Fachkraft Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass ich merke, ob mir ein Kind etwas mit Stolz berichten möchte, ob es müde ist, ob es getröstet werden muss. Ich brauche Zeit, um auf Kinder eingehen zu können, vor allem auf Kinder, deren Verhalten ich vielleicht nicht sofort verstehe. Ich brauche Zeit, mein Wissen über die Kinder und die Familien zu erweitern und dann auch im Team zu reflektieren. Und ich brauche Gelegenheiten, um im pädagogischen Alltag Luft schnappen zu können, mich zu erholen und mich den Kindern dann wieder gut zuwenden zu können. Vielen Dank, Frau Alsago. Frau Reimsberger-Kehme hat gerade zunächst dargestellt, was für die Kinder wichtig ist und ist dann auf die Fachkräfte aber direkt zu sprechen gekommen. Sie sind Bundesfachgruppenvorstand Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit bei Verdi. Wie kann aus der Perspektive der Gewerkschaften und der Fachkräfte, die Sie ja vertreten, professionelles pädagogisches Handeln gesichert werden? Was braucht es dafür? Ja, vielen Dank, Frau Heimsberger. Vielen, vielen Dank. Also wir diskutieren das ähnlich wie auch das Fachkräfteforum. Also wir vertreten ja genauso die Fachkräfte aus dem Kita-Bereich und haben auch unsere Gremien und haben das genauso diskutiert, wie es auch im Positionspapier enthalten ist. Und die Kolleginnen und Kollegen haben eben das Gefühl zurzeit, sie können gar nicht mehr professionell arbeiten. Also dass sozusagen die Situation schon so ist, dass es eigentlich nicht mehr geht. Aus dieser Position ist ja auch das Papier entstanden. Und deshalb haben wir ja im Mai diese Aktion gestartet, der kollektiven Gefährdungsanzeige, die wir übergeben haben, an die Jugend- und Familienministerkonferenz und hatten ja die überschrieben mit Kinder und Beschäftigte sind gefährdet. Also die Situation in den Einrichtungen ist zurzeit so, dass genau das, was Frau Heimsberger-Kehme eben beschrieben hat, ja nicht mehr stattfinden kann. Sondern das ist eigentlich eine Gefährdungssituation sowohl der Beschäftigten als auch der Kinder ist. Und deshalb haben wir Forderungen aufgestellt, die ich einfach mal kurz zitieren würde. Also einmal entlastende Sofortmaßnahmen, das heißt professionelle Kräfte für Bücher, Hausarbeit, Hausmeister, Dienste und Verwaltung, nämlich die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten von den nichtpädagogischen Aufgaben. Dann die Stabilisierung des bestehenden Kita-Systems. Das bedeutet genügend Fachpersonal in den Einrichtungen. Also nicht noch irgendwie großen Ausbau zu betreiben, sondern erst mal das System zu stabilisieren, was wir schon haben. Dann den Stopp des Abbaus der Qualitätsstandards. Das erleben wir ja im Augenblick, dass Standards im Zug auf Professionalität, auf Ausbildungsabschlüsse und so weiter gesenkt werden. Und dann sind wir der Meinung, dass es einen bundesweiten Gipfel geben muss, dass sich die Bundesländer endlich mal zusammensetzen und eine gemeinsame, zusammen mit dem Bund eine gemeinsame Strategie erarbeiten. Dann die dauerhafte und kontinuierliche Beteiligung des Bundes. Der Bund kann sich ja auch nicht immer rausschleichen. Nur mit diesen zwei Milliarden pro Jahr wird man auch keine Standards schaffen. Den Stufenplan zum Ausbau der Erzieherinnen-Ausbildung. Beide Systeme müssen ja miteinander synchronisiert werden. Was nützt uns das, wenn wir nicht genügend Fachkräfte haben? Und dann eben erst einen geplanten und abgestammten Kita-Ausbau, den man aber eigentlich erst durchführen kann, wenn auch das Personal aufgebaut wurde. Das haben wir sozusagen als Punkte für uns extra hier. Und alles Weitere werden wir ja nachher im Verlauf des Talks weiter diskutieren. Ja. Frau Kochen, ich komme zu Ihnen. Sie sind Referentin für Kinder-, Jugend- und Familienpolitik und Teamleitung Sozialpolitik im Bundesverband der Volkssolidarität. Wie können Träger professionelles pädagogisches Handeln mit positiven Wirkungen für Kinder sichern? Und welche Unterstützung brauchen dafür auch die Träger, die Sie ja jetzt hier vertreten? Ja, also nichts Neues sozusagen. Wir haben das alle schon gehört. Was Träger brauchen, um professionelles pädagogisches Handeln immer dann erfolgreich zu realisieren, ist vor allen Dingen gutes Fachpersonal und genügend Geld und Zeit, um die Einrichtung und auch die Leitungen zu begleiten und zu beraten. Und dafür ist vor allen Dingen politischer Wille die Voraussetzung, auch in der Umsetzung. Es sind ja gerade Träger, die oft unter Druck geraten, ihre Kitas finanzierbar und auch qualitätvoll zu gehalten oder zuhalten. Und das bedeutet für viele Träger jedes Jahr aufs Neue, Kommunen in langwierigen Verhandlungen das Geld abzuringen, was gebraucht wird, um zum Beispiel Fachpersonal auch nach Weiterqualifikation fair zu bezahlen, notwendige Fortbildungen regelmäßig zu finanzieren, Fachberatung, Supervision anzubieten, Kita-Sozialarbeit sowieso auch ein großes Thema für uns. Und man merkt, dass jedes innovative Out-of-the-Box-Denken entweder auf eigene Kosten geht beim Träger oder eben bei jeder Entgeltverhandlung wieder sehr viel Nerven kostet. Also wir haben Träger, die müssen jedes Jahr immer wieder aufs Neue, jede gewünschte Mehrstunde für Mentoring, für Leitung, für Eingewöhnung, für Qualitätsmanagement immer wieder einzeln und aufs Neue verhandeln. Und dabei solltet ihr mehr dieser Angebote ja prinzipiell für die prüftepädagogische Bildung nicht infrage stehen. Und wir merken, dass auch außerhalb der Einrichtungen die Träger eben eine Fachpersonal mit Ressourcen braucht. Also wir haben viele Bereichsleitungen, die einfach neben einem Riesenberg an Verwaltungsaufgaben überhaupt nicht mehr genug Zeit haben, ihre Leitungen fachlich auch sehr engmaschig zu begleiten. Wir haben Fachberatungen auf Trägerebene, die meist eigentlich nur als Feuerlöscher agieren für akut gute Problemfälle in Kitas. Das braucht aber Zeit, pädagogische Beratungen regelmäßig anzubieten und Strukturen wirklich und auch Arbeitsweise nachhaltig zu verändern. Und die Zeit ist nicht da, weil das Geld einfach nicht da ist. Und natürlich entbrennt die größte Not in unseren Einrichtungen am viel zu hohen Personalschlüssel. Das ringt den Fachkräften Jahr zu Jahr einfach wahnsinnig viel Energie ab. Und die Folgen im Hinblick auf die Ausfallzeiten können wir in ihren aktuellen Berechnungen ja sehr gut nachlesen. Und wir haben natürlich auch, dass Fachkräfte immer häufiger berichten, trägerübergreifend und deutschlandweit, dass Kinder immer mehr Aufmerksamkeit, Zeit brauchen. Das ist zumindest das Gefühl, der Eindruck. Wir haben viele Kinder mit herausforderndem Verhalten, mit Fluchtgeschichten, mit besonderen Unterstützungsbedarfen. Und wir haben das riesengroße und wichtige Projekt Inklusion, was Ressourcen braucht. Das braucht Zeit und Zeit braucht Geld. Und damit die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen, müssen Träger notwendige finanzielle Mittel bekommen, um Rahmenbedingungen eben zu schaffen, um kindgerechte Bildung und Förderung zu realisieren. Und Politik und Gesetzgebung können mit dem Willen, unterstrichen, Ausruckezeichen hierfür, auf jeden Fall auch die Voraussetzungen schaffen. Ja, danke für diese sehr plastische Schilderung auch nochmal dessen, was das alles bedeutet sozusagen. Wir kommen damit nochmal zu einer ganz anderen Perspektive, nämlich zu Frau Schöner. Sie sind Journalistin und familienpolitische Korrespondentin bei der Zeit und insofern eine andere Perspektive. Was wird nach Ihrer Einschätzung auch in der Medienberichterstattung als professionelles, pädagogisches Handeln in der Kita überhaupt verstanden? Also wir sind ja hier sehr in einem Fachkreis, aber was versteht man eigentlich in den Medien dazu und wie berichtet man darüber am besten auch? Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Also ich berichte seit einigen vielen Jahren inzwischen schon auch über den Bereich und ich beobachte, dass erstmal, dass die pädagogische Arbeit in der Berichterstattung eher eine untergeordnete Rolle spielt tatsächlich. Also man muss ja nur gucken, wann lesen, hören oder sehen wir etwas über Kitas in den Medien. Das ist dann, wenn Eltern verzweifeln, weil sie ihre Arbeit nicht mehr hinkriegen, weil auf die Kitas kein Verlass mehr ist. Oder dann, wenn Erzieherinnen und Erzieher streiken oder wenn politisch um Geld für die frühe Bildung gestritten wird, sei es jetzt in der Ampelkoalition oder zwischen Bund und Ländern. Und ich würde darum die These aufstellen, dass man in der Öffentlichkeit oft unter professionellem pädagogischen Handel zunächst mal versteht, salopp gesprochen, dass der Laden überhaupt läuft. Und das ist natürlich völlig verkürzt und sicherlich auch ein Problem. Es gibt noch eine andere typische Situation, in der das Thema Kitas medial immer wieder in den Vordergrund rückt. Und das ist immer dann, wenn mal wieder eine Bildungsvergleichsstudie veröffentlicht wird, wie im vergangenen Jahr zum Beispiel, da war es die IGLU-Studie, die dann belegt, wie dramatisch schlecht die Ergebnisse von Grundschülern am Ende der Grundschulzeit sind beim Rechnen, Schreiben und Lesen. Und in diesem Fall geraten die Kitas tatsächlich dann auch inhaltlich in den Fokus, weil dann meistens nur für einen kurzen Moment auffällt, wie wichtig frühe Bildung ist. Meist bleibt es nach meiner Beobachtung in den Debatten aber dann auch bei plakativen Forderungen, wie zum Beispiel sowas wie ein verpflichtendes Kita-Jahr. Und auch da spielen eigentlich die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen und die Pädagogik, also das professionelle pädagogische Handeln, über das wir ja hier jetzt gerade sprechen wollen, keine große Rolle und stehen nicht im Zentrum. Also ich würde auch da sagen, es geht immer sehr stark ums Funktionieren, wenn öffentlich über die Kitas diskutiert wird. Professionell scheint es zu sein, wenn alles läuft. Ja, vielen Dank. Wir sehen hier Nicken gerade von den Kolleginnen, die unmittelbar in der Praxis stehen. Also insofern scheint das Bild von außen auch von innen so wahrgenommen zu werden. Danke erstmal für diese einleitenden Aussagen, Positionen, die Sie auch hier mit reingebracht haben und vor allen Dingen auch die verschiedenen Perspektiven, die Sie eben mit reinbringen. Und anhand derer wollen wir ja auch weiter jetzt diskutieren. Das Fachkräfteforum hat in seiner Stellungnahme Forderungen formuliert, die für professionelles pädagogisches Handeln erfüllt sein müssen, damit die Arbeit wieder kindgerecht und das Arbeitsfeld auch attraktiver wird. Frau Zimmer, die erste Forderung in Ihrer Stellungnahme lautet mehr Personal. Für Ostdeutschland wird beschrieben, dass mehr und mehr das Fachkräftepotenzial dort ja verfügbar ist. Ist der Osten dann überhaupt vom Personalmangel betroffen? Und was passiert mit dem aktuell frei werdenden Personal aufgrund der sinkenden Kinderzahlen, die es ja dort gibt? Welche Auswirkungen hat das auf die Kinder? Ja, danke, das führe ich gern aus. In großen Teilen der ostdeutschen Bundesländer sinken, wie wir wissen, die Kinderzahlen. Und das bedeutet, dass nach den aktuellen Personalbemessungen, also es bräuchte nach den aktuellen Personalbemessungen nicht mehr so viel Personal, wie aktuell zur Verfügung steht. Das heißt konkret, es fehlen keine BewerberInnen. Das heißt aber auch, dass Fachkräfte sich ihrer Stelle oder ihren Stellenumfang aktuell nicht mehr sicher sein können. Und im Positionspapier haben wir die unterschiedlichen Formen und Facetten von Personalmangel aufgezeigt. Und daraus geht hervor, dass die Personalsituation im Osten dramatisch ist. Und Personalsituation oder Personalmangel in Ostdeutschland heißt, dass die gesetzlichen Personalbestimmungen auf Länderebene so niedrig angesetzt sind, dass sie weit unter den wissenschaftlichen Empfehlungen bleiben. Schlüpfen Sie bitte einen Moment in die Rolle einer Fachkraft. Sie betreuen eine Gruppe von 20 Kindern. Wie stellen Sie sicher, dass Sie mit jedem Kind in Ruhe sprechen, seine Neigungen und Interessen wahrnehmen? Sie stille Kinder im Blick behalten. Eine Atmosphäre für die Kindergruppe herstellen, die von Toleranz und demokratischem Grundverständnis geprägt ist. Sie einen Blick für Stärken und Schwächen des individuellen Kindes sehen, ressourcenorientierte Ansätze entwickeln, Zeit für die individuelle Förderung aufbringen, aber auch die Gruppe, die Gruppenperspektive im Blick behalten. All das zeigt, dass die Diskrepanz zwischen der schönen Theorie und der alltäglichen Praxis in der Kita die Schere unglaublich auseinandergeht. Und das Fatale an dieser Situation ist, dass wir diese Diskrepanz auf Papier, sprich im Gesetz, manifestiert haben. Es ist einfach zu wenig Personal in den Kindertagesstätten vorgesehen. Jetzt kommt noch verschärfend hinzu die Ausfallzeiten. Im Positionspapier haben wir bereits auf die Krankheitstage hingewiesen und wir möchten das an dieser Stelle nochmals tun. Krankenstände für unsere Berufsgruppe sind im Vergleich zu den anderen Berufsgruppen, zu allen anderen Berufsgruppen, derzeit auf dem Höchststand. Und das kommt in den Teilen von Ostdeutschland besonders zum Tragen. Die Fachkräfte sind ohnehin, also die Zahl der Fachkräfte sind ohnehin weniger in den Gruppen vorgesehen. Jetzt kommen auch noch die erhöhten Fachkraftausfälle hinzu. Und dann kann man sich vorstellen, wie aus der Belastung eine Überbelastung wird und wer letztendlich noch für die Kindergruppe zur Verfügung steht. Das Problem der Ausfallzeiten haben wir sowohl im Osten als auch im Westen. Und von daher gilt die Forderung, die wir aus dem Fachkräfteforum herausstellen, dass es eine verlässliche Vertretung für alle Ausfallzeiten geben muss. Wenn wir sprechen vom Personalmangel, dann trifft die Qualitätsminderung sowohl die Arbeit direkt mit dem Kind, aber auch die Fachkräfte. Und die Ursachen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt aber eine zentrale Forderung, hinter der wir uns stellen können, und die heißt Verbesserung des Personalschlüssels oder Verbesserung der Personalausstattung auf Basis der wissenschaftlichen Empfehlungen. Und wenn Sie konkret fragen, welche Auswirkungen das auf das Personal und auf die Kinder hat, dann kann ich nur sagen, wir sehen diese einmalige Situation in Ostdeutschland, diese einmalige Chance auch, dass wir den Personal, einen verbesserten Personalstandards könnten wir in Ostdeutschland umsetzen, weil wir das Personal haben. Das ist ja eine Situation, die kaum vorkommt. Also von daher nutzen Sie bitte die Chance und helfen Sie uns, diese Chance zu nutzen. Für diese verbesserten Personalstandards wären die Profit, der Profit würde an die Fachkräfte gehen. Wir hätten motivierte Fachkräfte, wir hätten stabile Teams, wobei die größten Sieger von diesem Systemwechsel wären die Kinder. Denn starke Kinder brauchen starke Kinder. Von daher unser Appell, reißen Sie das Ruder rum. Ja, vielen Dank, Frau Zipper, für diese starken Worte auch. Ich würde gerne noch ein bisschen den Fokus auf den Osten beibehalten. Die Volkssolidarität betreibt als Träger fast ausschließlich Einrichtungen in Ostdeutschland. Frau Koch, welche Formen des Personalmangels erleben Sie in den ostdeutschen Bundesländern im Unterschied zu der Situation in Westdeutschland? Und was müsste nach Ihrer Meinung getan werden und was sind die Gelingens? Ja, also es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten in den pädagogischen Zielen und vielleicht nochmal, um grundsätzlich zu verstehen, was auch Unterschiede sind, dass die sind natürlich vor allen Dingen struktureller Natur, also die Unterschiede und auch ihre Folgen. Wir haben traditionell eine sehr hohe Inanspruchnahme von Kita ab dem zweiten Lebensjahr in den östlichen Bundesländern oder auch schon früher, später auch in der Hortbetreuung und auch traditionell eine hohe Professionalität der Fachkräfte. Für sehr viele Eltern in den östlichen Bundesländern ist diese ganztägige Bildung und Betreuung von Kindern nach dem ersten Lebensjahr eine ganz große Selbstverständlichkeit. Das Platzangebot mit einigen regionalen Unterschieden ist annähernd bedarfsdeckend und es gibt auch ein sehr großes Vertrauen von Familien in die Institution Kita. Es gibt auch gesellschaftlich kaum traditionelle Ressentiments gegenüber der sogenannten Fremdbetreuung, geschweige denn gegenüber arbeitenden Müttern. Und wir haben sehr viele Familien zudem, die auf zwei Einkommen angewiesen sind, gerade in den ländlichen Räumen. Also hier müssen beide Eltern spätestens nach Ende der Elternzeit wieder in Vollzeit oder großer Teilzeit arbeiten, manchmal auch schon früher. Das heißt, Angebote wie Kita und Hort sichern hier finanzielle Existenzen vieler Familien. Das muss man einfach erst mal so nehmen und annehmen und betrachten. Diese hohe Inanspruchnahme, die wir haben, geht, und das wurde ja auch gerade ziemlich deutlich gesagt, eben auch mit diesem höchsten Personalschlüssel im Bundesgebiet einher, die aktuellen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung sind ja hier auch sehr eindeutig. Und die Bundesländer ausführen ja wirklich mit großem Abstand die Listen an. Also bei unter Dreijährigen heißt das, eine Erzieherin muss auf mehr als fünf Kinder aufpassen im Durchschnitt. Das sind in den westlichen Bundesländern ganze zwei Kinder weniger durchschnittlich. Bei den über Dreijährigen bis zur Einschulung ist in östlichen Ländern eine Erzieherin für über zehn Kinder verantwortlich. Das sind auch in den westlichen Ländern fast drei Kinder weniger pro Fachkraft. Und diese Ausfallzeiten oder die Ausfallzeiten wegen Krankheit, Urlaub, Weiterbildung werden ja da noch nicht mal vollständig mit berücksichtigt. Was das jetzt im Alltag für mich als pädagogische Fachkraft bedeutet, wenn ich allein für mehr als fünf Zweijährige oder mehr als zehn Vierjährige verantwortlich bin, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Und der Schlüssel ist ja auch noch dazu gepaart mit den gestiegenen Herausforderungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, in Bezug auf die kindlichen Bedarfe. Und wir haben ja auch seit Jahren auch sicherlich zu Recht zunehmende Erwartungen an die Aufgaben von ErzieherInnen bei Entwicklungsbeurteilung und Förderung, gleichzeitig aber auch mit abnehmender Professionalität. Auch das ist ja Teil der Wahrheit. Und das erhöht natürlich den Druck auf die Fachkräfte und die Träger kontinuierlich. Und das hat natürlich dann ganz normale, erwartbare Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und auch auf die Fachkräfte Gesundheit. Die Ausfallzeiten, die sie gerade sehr beeindruckend vorgestellt haben, zeigen das ja gerade für die Länder mit den hohen Personalschlüsseln. Zugleich haben wir aber auch die hier schon angesprochene, sehr paradoxe Situation in Ostdeutschland, dass wir eben Kindermangel haben infolge der demografischen Entwicklung und dass das eben dazu führt, dass wir viele Kitas nicht mehr voll belegen können. Das betrifft sehr viele unserer Einrichtungen leider. Und das führt aber nicht etwa zur Entspannung im System. Was ist der Grund? Die Personalschlüsse selber bleiben ja in den Landeskita-Gesetzen unangetastet. Und wenn sie angetastet werden, dann nicht unbedingt in der notwendigen Größe angepasst. Oder es wird vielleicht eine Berührung für die nächsten ein, zwei Jahre geben. Aber was danach passiert, ist auch fraglich. Das bedeutet in der Praxis für viele Einrichtungen, sie hätten zwar das Personal, um den Schlüssel zu verbessern und das System zu entlasten, können das aber nicht einsetzen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlen. Stattdessen sind die Träger gezwungen, die ErzieherInnen zu entlassen, die sie lieb und gern behalten würden, um kindgerechte Schlüssel zu ermöglichen. Und auch Azubis zum Beispiel, die jahrelang übernommen werden können, können jetzt eben nicht mehr alle übernommen werden nach Ende der berufsbegleitenden Ausbildung. Und wenn, dann oft nur mit befristeten Arbeitsverträgen oder den unleidlichen Flexverträgen. Weil einfach die Entwicklung der Kinderzahlen und die auch die Auslastung vieler Einrichtungen aktuell so ungewiss ist und auch die Zukunft der Personalstöße sind. Wir haben immer mehr Kitas, die von Schließungen richtig betroffen sind oder auch bedroht. Und das, und das muss man auch wirklich nochmal sagen, im Kontext dessen ist wirklich, hat massive Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge für Familien, vor allen Dingen in vielen Strukturgeschwächten und ländlichen Regionen, die bereits ja jetzt schon oft ganz lange Fahrtwege zu Kitas und Schulen haben. Und es wurde schon gesagt, auch von Frau Zipper, gleichzeitig steckt natürlich in dieser demografischen Entwicklung eine Chance für mehr Zeit am Kind. Und die muss man nutzen. Und vor allen Dingen die ostdeutschen Länder müssen hier handeln und die Personalschlüssel anpassen. Wir können das nur immer wieder sagen, steht da Tropfen. Daraus folgt ja nicht nur diese längst überflässige Verbesserung der pädagogischen Qualität frühkindlicher Bildung, sondern es erhält auch, und das ist überwichtig, gerade in Ländern, die sozusagen, wo eh schon Arbeitsplatzmangel ist, es erhält ganz wichtige Arbeitsplätze und es sichert existenziell notwendige Daseinsvorsorge für Familien in vielen Regionen. Und das muss ein wichtiges Ziel sein. Ja, vielen Dank nochmal an Sie beide, auch, dass Sie diesen Fokus auf die Situation in den östlichen Bundesländern nochmal so klar gemacht haben und gleichzeitig ja gezeigt haben, es gibt jetzt wirklich Chancen oder die Chancen, muss man sagen, dort Dinge so zu verbessern, wie wir sie eigentlich in den letzten Jahrzehnten gar nicht für möglich gehalten haben. Wir wollen jetzt den Blick natürlich auch nochmal ein bisschen erweitern und auch in die anderen Himmelsrichtungen gucken und aber das Thema des Mangels oder der Mangelsituation nochmal weiter verfolgen. Diese Situation führt ja auch dazu, dass in immer mehr Bundesländern die formalen Anforderungen an das pädagogische Personal abgesenkt werden. Dadurch können zunehmend auch fachfremde Personengruppen eingesetzt werden, die teilweise auch nur mit sehr kurzen pädagogischen Weiterbildungen in Kitas tätig werden dürfen und dann trotzdem aber auch schon zur Mindestpersonalausstattung gezählt werden. Frau Zipper, in Ihrer Stellungnahme fordern Sie eine echte Entlastung, so haben Sie es dort geschrieben, und dass fachlich nicht ausreichend qualifizierte Personen keine Fachkräfte ersetzen können und dürfen. Welche Probleme entstehen denn aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Fachkräfte, wenn das passiert und was braucht es, um kindgerecht, pädagogisch, professionell handeln zu können? Ja, durch die dramatische Personalsituation und durch den Druck, die Öffnungszeiten zu erhalten, scheint der Einsatz von nicht fachlich einschlägig qualifizierten unumgänglich. Das zeigt sich sowohl im Osten als auch im Westen. Wer mit welchen Zuständigkeiten in der Kita arbeiten darf, soll, kann, ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Trotzdem erkennen wir diese eindeutige Tendenz, den Mangel an pädagogischen Fachkräften durch Nichtfachkräfte beheben zu wollen. Für uns im Fachkräfteforum ist grundsätzlich eine einschlägige Qualifikation Bedingung für die Anrechnung als Fachkraft beziehungsweise für den Fachkraftschlüssel. Denn sie ist notwendig, um die Bedürfnisse und die Bedarfe der frühkindlichen Bildung erfüllen zu können. Aber wie sieht es im Alltag aus? Stellen Sie sich vor, mein Beispiel, Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, beispielsweise im Einzelhandel. Sie wollen sich beruflich neu orientieren. Und da Sie schon immer gerne mit Kindern arbeiten wollen, nutzen Sie die Gelegenheit, eine Basisqualifikation im Umfang von 160 Stunden zu absolvieren. Das sind rund 20 Arbeitstage. Die Arbeiten in der Kita kommen Mittwoch früh in die Einrichtung und erfahren so als Beginn ihres Tages, die Kollegin, mit der Sie die Gruppe von 20 Kindern betreuen, fällt aus. Sie ist krank. So, nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können die Gruppe schließen, bitten die Eltern gleich beim Kommen, ihre Kinder wieder mit nach Hause zu nehmen. Oder die Kinder werden auf andere Gruppen verteilt. Oder der glückliche Zufall, die beste Variante, eine pädagogische Fachkraft kommt zu Ihnen in die Gruppe und die Gruppe kann gehalten bleiben. Sie können gut in den Tag starten. Es kommt, was am Tag mehrmals vorkommt. Und ein Kind verlässt die Gruppe und schon tut sich ein Feld auf, mit Fragen überhäuft. Wo geht das Kind hin? Sie wissen es nicht. Sie wissen auch nicht, warum das Kind die Gruppe verlassen hat. Wer geht zum Kind, analysiert und schaut, was ist da eigentlich los? Wer bleibt bei den 19 anderen Kindern im Gruppenraum? Kann die Aufsichtspflicht delegiert werden? An wen wird sie delegiert? Selbst wenn die Verantwortungsbereiche klar je nach Qualifikation geregelt sind, bleiben bestimmte Aufgaben ausschließlich einer Fachkraft erhalten. Beispielsweise Eingewöhnung der Kinder und der Eltern. Und inklusive der eng getakteten Elterngespräche in dieser sensiblen Zeit. Gezielte Beobachtungen und Dokumentationen und anschließenden Entwicklungsgesprächen. Elterngespräche im Bedarfsfall für Aufklärung und Unterstützung für zusätzlichen Führerbedarf. Des Weiteren ist ausschließlich bei pädagogischen Fachkräften die Konzeptionsentwicklung, die Evaluation angesiedelt, Konfliktgespräche, Stichwort Kinderschutz, Sprachstandserhebungen und, und, und. Die Liste könnten wir noch weit fortführen. Die Fülle der Verantwortlichkeiten neben der Gestaltung des pädagogischen Alltags mit den Kindern und das bei dem chrono, 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 bei dem akuten, das kommt mir gar nicht mehr über die Lippen, weil es ja so entsetzlich ist, dieser chronische Personalmangel, diesen zu bewältigen, also diese Dreiteilung, fachlich versiert zu arbeiten, die Verantwortlichkeiten zu übernehmen, pädagogischen Alltag mit den Kindern zu planen, zu gestalten. Bei dem chronischen Personalmangel, all das macht müde und ist belastend. Und in dieser Situation freuen sie sich immer über jegliche Erleichterung und Unterstützung, die sie im Alltag kriegen können, auch wenn sie zeitgleich merken, dass sie ihrem pädagogischen Anspruch gar nicht mehr gerecht werden. Um fachfremde Personen als Begleitung und Unterstützung einzuarbeiten, bräuchten oder braucht, brauche ich gar nicht im Konjunktiv sprechen, so ist es, es braucht eine enge Begleitung an den noch vorhandenen Fachkräften. Und diese Einarbeitung, die passiert quasi auch noch nebenbei, zusätzlich zu dieser ganzen Belastung, die ohnehin schon im System herrscht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, welche pädagogische, kindgerechte, pädagogische Professionalität es bei Fachkräften ausmacht, dann würde ich als Beispiel nennen, dass wir diese Zweiteilung haben. Wir sehen das individuelle Kind in seinen Bedarfen und Bedürfnissen und müssen zeitgleich die ganze Kindergruppe mit ihren Bedarfen und Bedürfnissen sehen und das pädagogisch wertvoll auszugestalten. Und das ist schon ein bemerkenswerter und beachtenswerter Balanceakt. Selbstverständlich darf dabei jetzt auch nicht unerwähnt bleiben, dass die professionelle Pädagogik auch noch immer die Herausforderung der gesellschaftlichen Dimension mit betrachten muss und auch zu bewältigen hat. Ich meine damit im Bereich Inklusion und Integration, der schon angesprochen wurde, Integration im Hinblick auch auf vielfältigen Lebenslagen von Kindern und Familien, partizipatives und demokratisches Grundverständnis. Hierfür bedarf es guter Rahmenbedingungen, um all das auch nur annähernd schaffen zu können. Aus dem professionellen und kindgerechten Handeln entwickelt sich eine professionelle Haltung und im besten Sinn ein professionelles Selbstverständnis. Und diese Dimension ist nicht in kürzester Zeit zu vermitteln und auch nicht nebenbei. Zusätzlich zu den Fachkräften, also diese zusätzlichen Fachkräfte, auch wenn sie fachfremd sind, sie können, wie gesagt, tatsächlich unterstützen. Aber mittel- und langfristig entwickelt sich derzeit ein Däufelskreislauf, der unbedingt unterbrochen werden muss. Wir haben in dieser angespannten Situation im System Kita die Gefahr, dass durch diese Belastung im System eine Überlastung wird. Und das zeigt sich in diesem großen Personalausfall. Die Krankheitsstände sind enorm hoch und wir wehren dem nicht her, wenn das vorhandene Personal noch mehr belastet wird. Die Attraktivität unseres Berufsfeldes in der Außenwirkung sinkt und demzufolge haben wir auch noch weniger Bewerberinnen und Interessenten. Demzufolge haben wir auch, was die Qualität der Kitas betrifft, immer weniger Fachpersonal, die interessiert und motiviert arbeiten. Deswegen unser Appell, wir müssen diesen Teufelskreislauf unterbrechen. Unser Appell lautet, dass wir die qualitativ hochwertige Ausbildung wertschätzen und diese fördern. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen für gute Qualität in der frühkindlichen Bildung. Von daher gilt unsere gesamtdeutsche Forderung aus diesen 16 Bundesländern, die wir vertreten, Standards zu schaffen, die bundeseinheitlich sind und die auf wissenschaftlicher Basis entwickelt werden. Danke, Frau Zipper. Bevor wir zur Wissenschaft kommen, also wirklich auch noch mal Dankeschön für Menschen wie ich, die nicht in der Kita-Praxis jeden Tag sind, dass sie noch mal in ihrer Schilderung deutlich gemacht haben, man kann gar nicht alles planen, was dort am Tag so passiert und worauf die Fachkräfte ja immer adäquat reagieren müssen. Also das war, glaube ich, für Menschen, die nicht jeden Tag dort auch sind, auch noch mal ganz hilfreich. Frau Reemsberger-Kehme, wenn Fachkräfte ihren professionellen Ansprüchen an pädagogisches Handeln nicht mehr gerecht werden können, kann es ja auch zu verletzendem Verhalten gegenüber Kinder kommen. Sie haben sich in Ihrer Forschung intensiv mit diesem Thema auch auseinandergesetzt und Fachkräfte dazu auch befragt. Können Sie schildern, inwiefern verletzendes Verhalten mit dem Be- und Überlastungsempfinden von den Fachkräften auch zusammenhängt? Und welche Auswirkungen hat das auf Fachkräfte und auf die Kinder? Das versuche ich total gerne. Wir forschen ja schon seit der Corona-Pandemie zu verletzendem Verhalten gegenüber Kindern in Kindertageseinrichtungen. Und es waren in unserem Fall die Fachkräfte selbst, die gesagt haben, guck da näher hin. Wir beobachten Verhaltensweisen. Wir verhalten uns vielleicht manchmal auch selbst so, dass wir es schwierig und nicht mehr vertretbar finden. Also wir haben uns das zur Aufgabe gemacht und tatsächlich näher hingeschaut. Und wir hatten in unserer ersten Studie auch nach den Ursachen für verletzendes Verhalten gefragt. Und es gab zum einen persönliche und berufsbiografische Ursachen, die da genannt worden sind. Zum anderen aber natürlich auch prekäre Rahmenbedingungen, die da zum Thema gemacht worden sind. Und das wurde sehr plastisch geschildert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich als Fachkraft ganz alleine in der Gruppe bin, mit vielen Kindern zusammen, dann steigt die Unruhe in der Gruppe, es steigt der Lärmpegel im Raum. Und zugleich steigt natürlich auch die eigene Anspannung der Fachkraft und es wächst das eigene Stressempfinden der pädagogischen Fachkräfte. Und wenn dieser Zustand keine Ausnahme ist, sondern eine dauerhafte Situation können, und das sagen die Fachkräfte auch, die können sich nicht mehr regenerieren, Stress und Belastung, und das sagte ja auch Frau Zipper schon, werden so zur Überlastung. Stress und Überlastung, und das wissen wir, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung, verhindern es aber, dass wir Empfindungen und Bedürfnisse von anderen gut wahrnehmen können und darauf eingehen können. Und genau das Gleiche trifft auch auf die Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern zu. Wenn man sich das näher vorstellt, wenn ich beispielsweise als Fachkraft zwei weinende Kinder auf dem Arm halte, dann höre ich vermutlich gar nicht mehr, dass ein anderes um Hilfe ruft. Ich sehe überhaupt nicht, dass ein anderes Kind mir etwas zeigen möchte und ich erkenne vielleicht überhaupt nicht, dass ein Kind müde ist und ich es eigentlich zum Schlafen bringen müsste. Und wenn ich vielleicht dennoch als Fachkraft wahrnehme, was um mich herum geschieht und ich sehe, wie viele Kinder gleichzeitig eigentlich meine Unterstützung bräuchten, wird meine eigene Anspannung als Fachkraft und das eigene Stressempfinden noch weiter ansteigen, das kriegen wir sehr deutlich rückgemeldet in unseren Untersuchungen. Fachlich weiß ich also eigentlich sehr genau als Fachkraft, was ich in diesem Moment tun müsste und einfach nicht tun kann. Ich erlebe also permanent, dass ich das, was ich eigentlich tun müsste, nicht erfüllen kann. Andere Fachkräfte, und das sehen wir auch in unseren Untersuchungen, die reagieren in so einem Moment vielleicht deutlich verletzender. Sie ignorieren beispielsweise das weinende Kind während der Eingewöhnung, sie beschimpfen ein Kind, welches sich gerade eingenässt hat oder sie treiben die Kinder zur Eile an, wenn sie gerade beim Essen hin. Und auch das trägt dann wieder zur Belastung in den pädagogischen Teams bei. Und schließlich, und das zeigt unsere aktuelle Studie, dass sich gerade die Situationen, in denen Kinder eigentlich eine besondere Zuwendung bräuchten, dass die sich zuspitzen und eskalieren. Und vor allem dann, wenn Verhaltensweisen von Kindern als herausfordernd empfunden werden, als störend oder anstrengend wahrgenommen werden, dann kommt es vor, dass Kinder bestraft werden, aus der Gruppe ausgesperrt werden und somit auch isoliert werden vom Rest der Gruppe. Für die Kinder ist das wirklich fatal, weil sie nicht bei der Regulation ihrer Gefühle unterstützt werden, sondern erfahren, dass ihre grundlegenden Bedürfnisse, die sie haben und die beantwortet werden müssen, in dem Moment nicht erfüllt werden. Ja, vielen Dank erst mal. Das ist noch ein spezifischer Blick auf die Folgen und Konsequenzen, wenn eben nicht ausreichend und möglicherweise auch nicht ausreichend qualifiziertes Personal da ist. LKL Sago, auch die Gewerkschaften fordern ja, die fachlichen Standards an pädagogisches Kita-Personal zu erhalten, um die Attraktivität des Berufs auch nicht weiter abzusenken. Wie hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Bild einer professionellen pädagogischen Fachkraft denn verändert? Und was macht eine Öffnung der Fachkräftekataloge mit den derzeit Tätigen? Ja, wir müssen eigentlich sagen, wir waren auf einem guten Weg. Wir waren auf einem guten Weg, wenn man sich so anguckte über die Jahrzehnte. Ich bin ja jetzt schon seit 1993 im Feld. Also einige Kolleginnen hier auch, die lachen. Also wir machen das ja schon lange. Und letztendlich haben wir die ganzen Jahre begleitet und haben gesehen, wie sich der Beruf der Erzieher, der Erzieherin immer weiter qualifiziert wird. Nicht auch verbunden mit der Einordnung. Also wir haben jetzt eine Einordnung auf DQR Niveau 6 für diesen Beruf. Der ist vergleichbar mit dem Bachelor. Und das ist auch der Anspruch, den wir an dieser Arbeit haben, dass wir sagen, wir brauchen eine hohe Professionalität, um die Bildung und Erziehung von Kindern gut begleiten zu können. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass immer mehr Fachfremde in diese Arbeit kommen, dann, Frau Zipper hat es eben schon ausgeführt, dann ist es erst mal so, die haben gar keine Ahnung von diesem Feld, wenn sie 160 Stunden Ausbildung gemacht haben. Die müssen angeleitet werden von den Kolleginnen. Und die Kolleginnen müssen das auffangen, was diese Kollegen mit keiner Ausbildung oder einer Mini-Ausbildung, was die sozusagen versäumen muss, müssen die anderen Fachkräfte übernehmen. Das heißt, der Stress steigt bei den Fachkräften im Feld und die Arbeit wird weniger professionell. Und letztendlich müssen wir auch konstatieren oder sehen, dass wir ja auch mit dieser Entwicklung der Qualifizierung der Erzieherin-Ausbildung auch höhere Löhne erzielt haben. Also wir haben 2009 verhandelt, wir haben 2015 verhandelt, wir haben 2022 verhandelt. Und jedes Mal konnten wir aufgrund dieser guten Ausbildung und der Komplexität im Arbeitsfeld auch höhere Löhne verhandeln. Jetzt haben wir da Fachfremde drin, Angelernte. Das heißt, wir werden uns da auch in einen Billiglohnsektor, Niedriglohnsektor begeben. Und da werden sozusagen neue Niedriglohnsektoren aufgemacht, natürlich wieder für Frauen. Also es werden ja wieder überwiegend Frauen sein. Und auch unter dieser feministischen Perspektive ist es natürlich ein Desaster, zu sagen, okay, die Arbeit mit den Kindern, die ist uns sowieso nichts wert. Das können mal irgendwie Angelernte machen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kolleginnen, die dann eine gute Ausbildung haben, natürlich auch sagen, jetzt habe ich hier jahrelang gelernt. Ich habe eine fünfjährige Ausbildung gemacht. Und scheinbar kann ich ja einfach ersetzt werden durch jemanden, der keine Ausbildung hat. Das bedeutet natürlich eine wahnsinnige Frustration im Feld. Und das macht auch Ärger. Und man fühlt die eigene Arbeit nicht mehr respektiert, nicht mehr wertgeschätzt. Frau Zippert hat das ja eben alles gut ausgeführt. Also ich halte das für professionspolitisch, halte ich das wirklich für ein Riesenproblem. Und wir wissen ja auch, was passiert, wenn unprofessionelles Personal in sozialpädagogischen Feldern kommt. Wir haben nämlich die Erfahrung aus den 50er, 60er Jahren aus der Heimerziehung. Und da sind ja ähnliche Strukturen gewesen und haben sich ähnliche Dinge abgespielt, wie auch für Remsberger Kämen, die eben schon geschildert hatten. Das heißt, wir kennen diese Vorgänge. Und ich denke, darauf müssen wir wirklich sehr sensibel reagieren. Und Hotzeber hat es gesagt, wir müssen da dringend einen Riegel vorschieben und wir müssen diesen Teufelskreis durchbrechen. Wir sprechen ja jetzt zunehmend, ist mein Eindruck hier, über die Dilemmata, die wir im Feld jetzt auch haben. Also einerseits einen immer noch wachsenden Bedarf an Fachkräften gleichzeitig, aber auch die Notwendigkeit der Eltern entsprechend irgendwie, die Bedarfe, die wachsen. Also das heißt, wir müssen auch über Kompromisse reden. Frau Schöner, ich würde da gerne auf Sie nochmal zukommen. In Ihren Artikel nehmen Sie immer einen sehr differenzierten Blick auf das komplexe Geschehen rund um Kitas ein und beleuchten dabei auch solche unbequeme Kompromisse. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation für Fachkräfte, Eltern und Kinder ein? Wird das in der Berichterstattung auch ausreichend berücksichtigt? Wie nehmen Sie das wahr oder berichten auch sehr viel darüber? Ja, also das ist jetzt erst mal wenig überraschend. Nach meiner Entschätzung hat sich die Situation für alle Beteiligten da stark zugespitzt in den vergangenen Jahren. Das zeigt ja jetzt die Stellungnahme auch wieder, über die wir sprechen. Und es ist ja auch jetzt nicht der erste Weckruf sozusagen dieser Art. Ja, und Sie haben auch gerade selber das Stichwort Dilemma erwähnt. Also ich finde, dass das halt wirklich einfach da ist und dass wir das auch ganz klar benennen müssen, auch medial. Also das Kitasystem wurde eben massiv ausgebaut. Das wissen wir ja alle. Und das ist aber auch, finde ich, auch nicht unwichtig. An sich ja auch eine riesige Erfolgsgeschichte auf eine Art. Und ich denke auch immer, es ist wichtig, dass man das auch nicht komplett vergisst, dass man nicht alles schlecht redet. Frau Alsago hat ja auch gerade gesagt, wir waren auf einem guten Weg. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, trotz dieses ganzen Ausbaus wird es einfach in absehbarer Zeit nie die Bedarfe der Eltern erfüllen können und erst recht eben nicht die Qualitätsstandards, dass die so hoch sind, dass wirklich alle Kinder angemessen betreut und gebildet werden können entsprechend der Wünsche. Und ja, meine Wahrnehmung ist schon auch, das ist ja jetzt hier auch schon, dass hervorkam, dass oft die Kinder da einfach einen hohen Preis zahlen, weil die es ja sind, denen die verlässlichen Bezugspersonen fehlen, wenn die Erzieherinnen zu oft wechseln, die professionelle Begleitung, wenn Standards abgesenkt werden und auch einfach die Zeit, wenn nicht genug Fachkräfte da sind. Und was mich als Journalistin da immer auch umtreibt, ist, das sind halt auch die Einzigen, die sich nicht selber zu Wort melden können. Und das führt natürlich auch dazu, dass ihre Situation insgesamt viel zu wenig berücksichtigt wird, auch in der Berichterstattung. Und wenn man ehrlich ist, diskutieren wir halt die schwierige Lage der Kitas auch in den Medien ganz häufig immer als Vereinbarkeitsproblem, also der Eltern oder auch der Arbeitgeber und so. Und dadurch wird es auch so ein Problem, was dann Menschen nur in einer kurzen Lebensphase stresst. Und dann hat man es überstanden und dann ist die Kita-Zeit vorbei und dann kann man sich wieder anderen Themen zuwenden. Und das erlebe ich tatsächlich auch in meiner Arbeit als ein Problem, dass es oft so wahrgenommen wird. Ich versuche, das immer anders darzustellen in meinen Artikeln, weil ich der Meinung bin, wie Sie alle sicherlich hier natürlich auch, dass die Kitas und die Situation der Kitas alle Menschen interessieren sollte. Aber man läuft da manchmal auch wirklich gegen Mauern. Und ja, wie gesagt, ich versuche, das darzustellen, dass es uns alle was angeht, wenn die Kitas Probleme haben, weil wenn Kinder dort nicht mehr verlässlich und qualifiziert begleitet werden, denn so abgedroschen das klingt, es geht natürlich um unsere aller Zukunft. Aber ich sehe das als eine große Herausforderung, das so zu transportieren. Ja, danke schön. Gerne würde ich nochmal tatsächlich auf diese Dilemmata ein bisschen tiefer eingehen oder auch auf mögliche Lösungsansätze. Einerseits sehen wir ja, dass der Fachkräftemangel und die steigende Belastung immer deutlicher erkennbar werden und dass sich eben da die Bedürfnisse auch unterschiedliche gegenüberstehen. Und wir wollen ja mit dieser Veranstaltung auch zeigen, dass die Kinder immer bei allen Lösungsansätzen und Reformbemühungen im Fokus stehen sollten oder wieder in den Mittelpunkt gerückt werden sollten. Denn die Frage ist ja, ob sie dort noch stehen. Um das Wohl des Kindes in der Kita gewährleisten zu können, müssen aber ja auch die Fachkräfte entlastet werden. Das haben wir heute auch schon mehrfach gehört. Damit auch professionelles Handeln sichergestellt wird. Und ein Vorschlag, den auch wir mit in die Diskussion zuletzt eingebracht haben, ist ja, damit dies möglich wird, zumindest zeitweise und regional zu prüfen, ob Öffnungszeiten auch reduziert werden können. Wir haben dazu mal Berechnungen im Fachkräfteradar für Kita und Wunschluge durchgeführt. Und die zeigen, dass eine solche Maßnahme bis zum Jahr 2025 dazu führen würde, dass tatsächlich alle Eltern, die auch einen Bedarf für einen Kita-Platz haben, der aber bisher nicht erfüllt wird, den auch bekommen würden. Frau Süchting, wie steht das Fachkräfteforum zu diesem Vorschlag, der ja durchaus auch kontrovers diskutiert wird, also Öffnungszeiten übergangsweise zu reduzieren? Ja, uns Fachkräften ist bewusst, dass die Reduzierung der Öffnungszeiten für euch als Eltern, aber auch für Arbeitgeber massive Auswirkungen hat. Wir sehen die Unterstützung von Familien, aber auch als unseren Auftrag. Gleichzeitig tragen wir aber auch die Verantwortung für eine gute Kita-Praxis. Nur gute Qualität wirkt sich positiv auf die Bildungserfolge der Kinder aus. Lassen uns wieder die Kinder in den Vordergrund rücken. Eure Kinder haben ein Recht auf Rahmenbedingungen, die zum Spielen auffordern und zum Forschen und zum Selbstwirksamwerden anregen. Aber im Moment geht es für Fachkräfte hauptsächlich darum, dass Betreuungszeiten gewährleistet werden und dafür ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Nach unserer fachlichen Einschätzung könnte durch eine kurzfristige Reduzierung von Öffnungszeiten wieder alle Kinder, für alle Kinder pädagogische Qualität vorhanden sein und gewährleistet werden, wie Aufsichtspflicht, aber auch Kinderschutz. Aktuell gehen wir Fachkräfte in den Kindergärten an und über unsere Grenzen, weil wir euren Kindern und euch als Eltern alle eure Rechte gerne gewähren möchten. Wir möchten individuell auf jedes Kind eingehen und entsprechende Bildungsangebote machen. Aber einen solchen Kindergartenalltag können wir immer seltener verlässlich und umfassend anbieten. Das stellt alle vor Herausforderungen, besonders die Fachkräfte, aber auch die Kinder. Stellen Sie sich mal vor, wie eine pädagogische Fachkraft reagieren muss, wenn zum Beispiel die kleine Emma sagt, wir möchten heute nicht mit rausgehen, wir möchten, dass du uns was vorliest. Drei bis vier Kinder möchten vorgelesen haben und alle anderen Kinder draußen spielen. Und dann sind da auch noch die Familien, die gar keinen Kindergartenplatz für ihre Kinder haben. Wir sehen die Probleme für alle. Meine Mitarbeiterin sagte neulich zu mir, aber Kitas können doch nicht allein die gesellschaftliche Aufgabe der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllen. Das ist richtig. Wir Fachkräfte können die politischen Versäumnisse der vergangenen Jahre nicht kompensieren und wir tragen auch nicht die Verantwortung dafür. Denkt bitte alle über die Möglichkeit, nach die Öffnungszeiten vorübergehend einzuschränken. Wir sehen die Probleme, die damit verbunden sind, für Kinder, Eltern und für Arbeitgeber. Wir sehen darin aber auch einen verantwortungsbewussten Kompromiss und handlungsfähig zu bleiben. Die Attraktivität des Berufsfeldes kann durch eine verlässliche Dienstplangestaltung und gesicherte Zeiten für Vorbereitungen, Elterngespräche und vieles mehr wieder steigen. Wir könnten Fachkräfte binden und auch wieder neue gewinnen. Das wäre ein Gewinn für alle Kinder. Ja, für euch Eltern wäre das zwar eine kürzere, aber wie wir jetzt glauben, eine verlässlichere Betreuungszeit. Diese Maßnahme erfordert jedoch auch, dass Arbeitgeber diese Einschränkungen mitdenken und berücksichtigen, wenn sie die Arbeitszeiten von Eltern festlegen. Der aktuelle Fachkräftemangel bietet aus unserer Sicht keine Möglichkeit, dass alle Bedarfe erfüllt werden können. Wir vom Fachkräfteforum fordern deshalb, reduziert wenigstens vorübergehend die Öffnungszeiten und gibt allen Kindern eine gute Kita. Also das Thema reduzierte Öffnungszeiten ist ja etwas, was ein sehr spannendes Thema ist und sehr kontrovers diskutiert wird. Deswegen interessiert uns, was auch das Publikum, was heute dazu ist, eigentlich dazu denkt. Und wir haben noch mal eine kleine Umfrage dafür geschaltet, die wir jetzt gerne freigeschaltet bekommen können, um zu sehen, wie ist denn hier so die Meinung bei denen, die sich eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn hier möglichst viele jetzt kurz in die Abstimmung geben zu diesen Fragen. Vielen Dank. Im Hinterkopf muss man jetzt auch immer bedenken, wie die Teilnehmerschaft sich zusammensetzt, aber die hat sich ja durchaus verteilt dargestellt. Sieht aktuell so aus, als ob es die vierte Frage die Favoritenfrage ist oder die, die die meiste Zustimmung tatsächlich bekommt. Es verteilt sich aber auch insgesamt. Ja, spannend. Wir können hier die Ergebnisse auch schon freigeben. Also der große Teil, also mehr als die Hälfte hier auf der Runde hat geantwortet, dass die Kürzung, vorübergehende Kürzung eine Option ist. Es gibt aber auch ganz klar Aussagen von mehr als einem Viertel, die sagen, das ist keine Option, denn Eltern brauchen die längeren Öffnungszeiten und es gibt auch die Aussagen von einigen, die sagen, das findet ja bereits ohnehin schon statt, weil es tatsächlich ja auch so ist, dass es bereits Kommunen gibt, die aus der Not heraus entsprechend reduzierte Öffnungszeiten anbieten oder eben Träger, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, weil es anders nicht mehr funktionieren kann. Insofern vielen Dank für die Rückmeldung. sehr spannend und es zeigt, es bleibt ein kontroverses Thema und es bleibt eben auch die Lösungssuche, nachdem wir eine Entspannung für die gesamte Situation der Fachkräfte hinbekommen und damit eine Verbesserung für die Kinder auch austarieren, was nicht so ganz einfach mal ist, nur in eine Richtung was zu entscheiden. Gerne möchten wir jetzt von unseren Podiumsteilnehmern wissen, wie man denn mit den derzeiten Dilemmata, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, umgehen könnte, ohne das Kind dabei auf den Außenaugen zu verlieren. Das ist ja eine große Herausforderung. Wie schätzen Sie das ein, Frau Schöner, aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive, also zum Beispiel eine Reduktion der Öffnungszeiten? Müssen nicht auch die Arbeitgeber kompromissbereiter werden, damit die Lage sich stabilisieren kann und welche Rolle kann da vielleicht auch die mediale Berichterstattung? Ich fange mal hinten an. Also welche Rolle kann in dem Fall dann ich da einnehmen? Also als Journalistin ist es ja erst mal eine Aufgabe, da auf Fakten wirklich hinzuweisen und deswegen sind da auch solche Berechnungen, wie jetzt zum Beispiel von Ihrer Stiftung einfach wertvoll, wo man einfach sieht, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr ist rein rechnerisch so gerade gar nicht umsetzbar beziehungsweise halt nur umsetzbar. Das haben Sie ja selber schon erwähnt, dass Sie das vorgerechnet haben, wenn alle Kinder eine kürzere Stundenzeit in der Kita verbringen und solche Fakten gehören aus meiner Sicht erst mal in den öffentlichen Diskurs, denn nur so haben wir ja eine realistische und gemeinsame Grundlage, auf der wir überhaupt über Lösungsmöglichkeiten diskutieren können und wer da welchen Beitrag für leisten könnte oder müsste. Und ich denke schon, dass die Rolle der Medien da ist, solche Ideen zu verbreiten und dann auch möglicherweise damit Tabus zu brechen, so Redetabus. Außerdem können Journalistinnen und Journalisten auch Akteure bewusst einbeziehen, die in dem Diskurs sonst oft nicht so vorkommen. Das wären für mich ganz klar die Arbeitgeber. Ich wundere mich da seit Jahren drüber, wie wenig die eigentlich mit irgendwo an runden Tischen sitzen oder so. Wir haben vor einer Weile bei Zeit Online wirklich ziemlich aufwendig aufwendig 30 Interviews mit DAX-Unternehmensvorständen und Spitzenmanagerinnen zu der Situation in den Kitas gemacht. Das fand ich sehr interessant, weil das Thema reduzierte Öffnungszeiten da wirklich eigentlich bei allen angekommen war und auch diskutiert wurde in den Unternehmen tatsächlich. Die haben zwangsläufig da auch schon Maßnahmen getroffen, zum Teil Eltern entgegenzukommen, ihren Mitarbeitenden, damit sie die Arbeit irgendwie familiär gestemmt kriegen und ich fand auch, dass es durchaus auch gute Ideen oder konstruktive Ideen und Gesprächsbereitschaft gab. Ist natürlich jetzt nur ein Ausschnitt, ich habe das nicht erhoben, aber es waren immerhin 30, wo ich dachte, okay, es würde sich vielleicht lohnen, da auch die Arbeitgeber stärker mit einzubeziehen in den Diskurs und die wären ja auch durchaus eine gewichtige Stimme. Und als letztes zur ersten Frage, wie ich so insgesamt dann daraus die Möglichkeit, Öffnungszeiten zu reduzieren, einschätzen würde gesamtgesellschaftlich, das finde ich total schwer zu sagen. Ich fand die Umfrage gerade interessant, weil die eigentlich ein Bild zeigt, das sich durchaus dann auch in meinen Recherchen irgendwie, finde ich, bestätigt, was ich da irgendwie immer in Gesprächen auch feststelle, dass eigentlich doch auch unheimlich viel Verständnis füreinander auf allen Seiten ist, wenn man wirklich inhaltlich über die Herausforderungen spricht. Und darum wäre ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass doch fast alle irgendwie dazu bereit werden, auch ihren Beitrag zu leisten, seien es jetzt die Eltern, die Arbeitgeber, Städte oder Kommunen, wenn die Notwendigkeit halt gut erklärt wird und vermittelt wird und es auch ein echtes Ziel gibt, für das es sich lohnt, diese Abstriche zu machen. Also sei es ein Ziel, wie mehr Kinder beteiligen, das System fairer gestalten oder die Qualität zu erhöhen. Frau Koch, welchen Handlungsbedarf sehen Sie mit Blick auf die Öffnungszeiten in den ostdeutschen Kitas? Ja, aufgeladenes Thema, würde ich sagen. Also die Reduzierung der Öffnungszeiten würde natürlich auch für viele ostdeutsche Kitas eine Entlastung bringen. Die Frage ist für uns eher, von welchen Zeiten sprechen wir hier und auch um welchen Preis. Also natürlich muss die Situation von Kindern im Fokus stehen, aber Vereinbarkeitsfragen sind auch ganz oft Existenzfragen für Familien. Und es mag ja sein, dass sich das manche Familien leisten können, aber viele Familien können sich die Einschränkungen einfach nicht leisten und das hat langfristig auch Auswirkungen auf die Kinder und auch auf das Wohlbefinden der Kinder in der Familie. Unsere Träger und Einrichtungen signalisieren sehr auffällig und auch sehr nachdrücklich in der Mehrheit ganz stark, dass sie selber die Folgen für die Familien als nicht tragbar betrachten. Also wir haben besonders im ländlichen Räumen natürlich viele Eltern, die sowieso schon wahnsinnig lange Wegezeiten haben von den verschiedenen Orten. Für die würde das wirklich nochmal eine große Einschränkung bedeuten. Viele von ihnen sind in Vollzeit tätig oder auch in einer großen Teilzeit von über 32 Stunden. Wir haben sehr viele Eltern, die im Schichtbetrieb arbeiten, in der Gastronomie, im Handel, in sozialen Berufen, Tourismus, gerade für Regionen wie zum Beispiel die Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern, dann wäre sowas fatal. Wir haben übrigens auch, und auch das darf man nicht vergessen, auch natürlich auch vielleicht ein ostdeutsches Phänomen, aber sehr viele Omas und Opas sind selber noch Vollzeit berufstätig und können eben nicht einfach mal so eben unterstützen bei den Kindern zu Hause. Wir haben sehr viele Fachkräfte, die selber Eltern sind und sich auch auf die Strukturen verlassen. Viele unserer Träger betreiben selber ambulante stationäre Pflege. Also hier ist der Einsatz vieler natürlich vor allen Dingen weiblicher Fachkräfte. Wir wissen, die Arbeitsfelder sind sehr stark weiblich geprägt. Die sind abhängig im Schichtdienst von der Zuverlässigkeit von Kindertageseinrichtungen und auch langen Öffnungszeiten. Und auch, wir haben in Ostdeutschland über ein Viertel der Familie sind alleinerziehenden Familien. Was heißt das für diese Familien, wenn wir Öffnungszeiten kürzen? Also genau diese Familien dürfen wir auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren, gerade weil sie auch so stark armutsbetroffen sind. Und die Frage stellt sich für uns natürlich auch, ob es durch diese Kürzung der Öffnungszeiten, auch wenn sie effektiv sind, aber ob es mittelfristig zu einem neuen Normal bei den Öffnungszeiten kommt, weil wir haben dieses Phänomen bereits nach Corona gehabt. Viele Kitas öffnen nicht mehr länger als vor Corona. Manchmal auch mit Grund, aber sowas kann sich schnell einschleifen. Und ja, wie sicher ist das, ob dadurch wirklich Druck bei Arbeitgebenden und Wirtschaften entsteht, der dann auch politische Folgen hat, wo dann auch wirklich was passiert. Zudem halte ich es auch für sehr wahrscheinlich, dass verkürzte Öffnungszeiten in den Familien in der Mehrheit wieder die Mütter auffangen müssen. Da sind wir wieder bei einem feministischen Thema und auch einer mehr feministischen Fragestellung. Und statt hier jetzt Rückschritte zu riskieren, stehen wir vor allem wirklich für die Finanzierung der kindgerechten Personalschüsse durch die Länder. Das verspricht eben nicht nur Entlastung im System, sondern kann auch kurzfristig politisch durchaus umgesetzt werden. Klar, da, wo die Fachkräfte fehlen, ist das natürlich schwieriger. Aber für Ostdeutschland geht es in jedem Fall. Eine mögliche Alternative, die manche Einrichtung, die gerade bei uns für manche Einrichtungen Entlastung bringen kann, wären zwei Wochen langfristig planbare Schließzeiten im Jahr. Das klingt jetzt wahrscheinlich viel hohen für manche Einrichtungen, aber sehr, sehr viele unserer Kitas und Forte sind aktuell, außer über den Jahreswechsel, durchgehend geöffnet. Und für diese Einrichtung könnten Entlastung von zwei Schließzeiten im Jahr wirklich Entlastung für die Jahresplanung bringen. Aber hier haben wir Hürden, wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo über das neue Kita-Gesetz die Träger weniger Geld für Personal bekommen, wenn sie Kitas mehr als sieben Tage im Jahr schließen. Das ist ja alleine schon mit den Weiterbildungstagen und den Jahreswechseln schwer zu realisieren. Also solche Kausalitäten machen Lösungsfindungen natürlich wahnsinnig schwierig. Dankeschön. Auch nochmal für den Hinweis, wie unterschiedlich wir einfach die Systeme haben und damit auch nicht überall einheitliche Lösungen wahrscheinlich möglich sind. Frau Alsago, können wir das Angebot eigentlich in der derzeitigen Situation überhaupt noch aufrechterhalten oder wäre aus Gewerkschaftsperspektive es eben auch eine Option, die Öffnungszeiten zu reduzieren, um die Fachkräfte zu entlasten? Und welche weiteren Handlungsbedarfe sehen Sie beispielsweise auch auf Arbeitgeberseite? Die Pflegenden haben das ja eigentlich eben schon ausgeführt. Also ich glaube, dass die Reduktion der Öffnungszeiten eine gute Ansatzmöglichkeit sind und das kann einmal die Tagesöffnung sein, das kann die Wochenöffnungszeit sein oder so wie Sophie das eben gesagt hat, auch die Jahresöffnungszeit. Also wir sehen, dafür gibt es ja gute Beispiele. Also es gibt Kommunen, die haben die tägliche Öffnungszeit verändert. Es gibt Kommunen, die haben auch die Jahresöffnung verändert, also mehr Schließzeiten eingeführt. Und der Effekt war eigentlich überall der gleiche, dass sich eine größere Stabilität eingestellt hat. Also insofern, als dass dieses System plötzlich wieder verlässlicher wurde, auch für die Eltern und auch für die Kinder, weil das nicht mehr so fragil war, weil die Urlaube genommen werden konnten, zum Beispiel bei den Schließzeiten, oder aber klar war, um 15 Uhr ist die Kita zu Ende und dann werden die Kinder abgeholt. Und man musste dann nicht mehr bangen, nächsten Tag, jetzt fallen wieder Leute aus. Also diese Stabilität hat sich tatsächlich, wenn man das mal so beobachtet, darüber eingestellt. Ich sehe das ähnlich wie Profit, dass es natürlich eine Herausforderung ist, für die gesamte Gesellschaft sich darauf einstellen zu müssen. Wenn man sagt, jetzt wird hier an einem Schwäubchen gedreht, im Kita-System, dann hat das eine Auswirkung sowohl auf die Familien als auch auf die Wirtschaft und die Arbeitgeber. Frau Süchting hat das eben schon gesagt, das Kita-System kann nicht auffangen, was die Gesellschaft und die Politik versäumen. Wir haben sozusagen über die Kita die Erwartung gehabt, jetzt können alle fast rund um die Uhr arbeiten gehen und das fangen die Kitas schon auf. Und das möglichst ab dem ersten Lebensjahr und jetzt auch noch bis zum Ende der Grundschule. Aber da haben wir ja sozusagen die Rechnung ohne die gemacht, die da arbeiten können. Wir haben eben nicht genügend Leute, die hier arbeiten können, vor allem nicht fachgerecht arbeiten können. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft hier insgesamt umsteuern. Und da müssen wir eben schauen, wie können wir Familien, ich meine jetzt wirklich Familien, ich meine Mütter und Väter, wie können Mütter und Väter auch wieder Zeit haben mit ihren Kindern und ihre Kinder auch beim Aufwachsen begleiten. Und das hat natürlich eine Auswirkung auch auf die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass Eltern auch Zeit haben müssen mit ihren Kindern. Und dann muss man sich solche Überlegungen stellen, wie eine kürzere Vollzeit zum Beispiel. Also insgesamt muss man schauen, würde es was bringen, Arbeitszeiten zu verkürzen. Das müssen wir in den Tarifverhandlungen aufgreifen. Das ist ja auch schon in einigen Bereichen gelungen. Wenn man nicht, dass die IG Metall 35 Stunden die Woche verhandelt hat, dann denkt man, in diesen Bereichen müsste das ja auch geklappen mit der Vereinbarkeit und das tut es ja zum Teil. Also gerade in solchen Ländern kann man tatsächlich, wo man, wo die Arbeitsverträge kürzer sind, entsprechend sieht man eben auch, dass da das nicht so schmerzhaft ist, wenn die, wenn die Kitas eher zumachen. Also diese Dynamiken kann man erkennen und wir brauchen diesen gesamtgesellschaftlichen Dialog, um Zeit für Kinder, um Zeit für Familien, damit auch Eltern ihre Kinder, mit ihren Kindern gemein zusammen sein können und das System Kita wird das nicht aufnehmen können und das wird es auch, das habt ihr ja selber auch gerechnet in der Berndungsmann Stiftung, auch in den nächsten 10, 15 Jahren laufen können. Das heißt, wir müssen hier insgesamt gesellschaftlich und steuern. Ich will vielleicht zum Abschluss zu dem ganzen Thema Öffnungszeiten nochmal Sie, Frau Reimsberger, Kähmfragen mit Blick auf die Kinder auch nochmal zum Abschluss, nämlich was gibt es eigentlich aus der Wissenschaft für Erkenntnisse, was lange Öffnungszeiten von Kitas auch für die Kinder bewirken. Wenn Sie das sehr kurz versuchen können zu machen, weil wir zeitlich jetzt auch schon langsam ans Ende kommen. Ich weiß, ich versuche mich da tatsächlich zu beschränken und mich auch wirklich nur auf die Entwicklung und das Lernen von Kindern zu konzentrieren. Also wenn wir das in den Fokus stellen, dann wissen wir aus der Wissenschaft, dass wir das Zusammenspiel zwischen Familie und Kita nochmal näher betrachten müssen. Wenn wir Situationen in Familien haben, die stabil sind und die Qualität in den pädagogischen Einrichtungen hoch ist, dann ist ein längerer Aufenthalt eines gut eingewöhnten Kindes in eine Kita sicherlich nicht problematisch. Wenn wir jetzt aber schwierige Situationen in der Familie haben und es kommt eine nicht gute Qualität in den pädagogischen Einrichtungen dazu, dann kann ein Aufenthalt, ein mehrstündiger Aufenthalt in den pädagogischen Einrichtungen auch negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern haben und auch das Risiko für Auffälligkeiten kann steigend werden und das ist bei jüngeren Kindern noch umso gravierender als bei Älteren. Zwei Punkte möchte ich gerne trotz der Kürze der Zeit noch hinzufügen. Ich finde, wir müssen bedenken, dass wir ausgerechnet in den Einrichtungen eine höhere Arbeitsbelastung und mehr Personalausfälle haben, die von einem hohen Anteil an Kindern mit sozioökonomisch benachteiligten Hintergrund besucht werden. Das heißt, Kinder, die einen Förderbedarf aufweisen, eine nichtdeutsche Familiensprache haben, vielleicht einen Fluchthintergrund, eine Behinderung, Sprachverhaltens- oder Entwicklungsstörungen und hier kommen zwei ungünstige Faktoren zusammen. Also die Kinder brauchen aufgrund dieser ohnehin schwierigen Ausgangssituation eine besonders feinfühlige Zuwendung der Fachkräfte eine besonders behutsame Lernbegleitung und die Fachkräfte wiederum können den Bedürfnissen aufgrund der belasteten Situation in den Einrichtungen nur schwer gerecht werden. Um das nochmal deutlich zu sagen, also wenn wir an die Bedürfnisse von Kindern denken, dann geht es nicht darum, kurzfristige Wünsche von Kindern zu erfüllen, sondern es sind ganz fundamentale Bedürfnisse nach Schutz, nach Sicherheit, nach Bindung, nach Bildung. Und wenn wir bedenken, dass die Kinder, die vielleicht ohnehin psychisch belastet sind, in Einrichtungen kommen, wo sie vielleicht zu wenig Zuwendung, zu wenig feinfühlige Resonanz erhalten, kann es passieren, dass sie verletzendes Verhalten erleben, das habe ich vorhin aufgeführt, und wir müssen, und das ist der zweite Punkt, den ich gerne noch anfügen möchte, ist, dass die Kinder diesen Mangel an Zuwendung vielleicht ja nicht nur in der Kita erleben, es kann durchaus sein, dass sie in Schulen kommen, wo sie ebenfalls keine feinfühlige Resonanz erhalten, wo Bildungsangebote gestrichen werden, wo man dann auch nicht den Bedürfnissen von Kindern gerecht werden kann, für die Kinder ist es schlimm, es gibt Verhaltensauffälligkeiten, die da zu beobachten sind, ihr Lernen wird behindert, und das ist das Gegenteil von dem, was wir für Kinder fordern, und das ist vor allem das Gegenteil von dem, was Kindern zusteht, das vielleicht in aller Kürze. Ja, danke schön, danke wirklich auch Ihnen allen, dass Sie nämlich mit diesen sehr unterschiedlichen und vielfältigen Perspektiven, die Sie jetzt hier eingebracht haben, gezeigt haben, dass man ja auch bei möglichen temporären Reduktionen der Öffnungszeiten, aber auch bei anderen Alternativen und Lösungswegen immer prüfen muss, welche Auswirkungen das hat und alle Perspektiven berücksichtigen muss. Und das hat auch gezeigt, dass eben diese Dilemmata, die einfach bestehen, dass man ihnen noch stärker auf den Grund geren muss und dabei eben die Perspektive auf die Kinder oder den Blick auf die Kinder nicht verlieren darf. Und damit will ich jetzt auch zur letzten Frage schon heute kommen, denn wir würden gerne von Ihnen allen nochmal, die hier auf dem Podium saßen oder sitzen heute, ein ganz kurzes Abschlussstatement, wirklich nur eine knappe Minute hören, welche Aspekte müssen aus Ihrer Sicht bei Reformen unbedingt berücksichtigt werden, um einerseits kurz, aber auch langfristig das Wohl und die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Und Frau Zipper, ich würde Sie bitten, vielleicht anzufangen. Ja, ich beschränke mich auf einen Aspekt, das wären die Ausfallzeiten. Unser Appell lautet, lassen Sie uns die Ausfallzeiten finanzieren, damit es für jede Stunde, in dem pädagogisches Personal ausfällt, einen verlässlichen und qualifizierten Ersatz gibt. Also verlässlich und qualifiziert. Kurzfristig liegt auf der Hand, würde es die prekäre Situation entlasten. Mittel- und langfristig würden wir diesen beschriebenen Teufelskreislauf unterbrechen und ich bin überzeugt, dass wir motivierte Fachkräfte, stabile Teams unter hoher Attraktivität unseres Berufsfeldes erzeugen können. Im Osten von Deutschland hätten wir die Chance für eine wirklich schnelle und effektive Wendung des Systems und von daher mein Appell, unser Appell, wir sollten die Situation nutzen. Dankeschön. Frau Alsage, wollen Sie direkt weitermachen? Ja, gern. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, jetzt anderen zu sagen, was sie machen sollen. Also ich sage mal, was wir jetzt machen werden, auch nachdem ich das nochmal in dieser Runde so gehört habe, weil dieser Appell in die Politik hinein ist ja, das kennen wir ja, das ist ja nicht besonders effektiv. Bislang passiert da ja relativ wenig und wir werden jetzt tatsächlich, das habe ich mir jetzt noch, nachdem ich das alles nochmal so gehört habe von Ihnen allen, wir müssen einfach den Druck, wir müssen den Druck erhöhen, gemeinsam und wir müssen gemeinsam auch der Politik das sehr viel deutlicher machen und das geht vielleicht auch manchmal nur mit Streiks, das heißt, wir müssen Tarifverhandlungen und so weiter nutzen, um auch auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen und nicht nur auf höhere Löhne, sondern auch wirklich auf Arbeitsbedingungen und ich würde Sie alle mal bitten, auf unsere Tarifauseinandersetzung in Berlin zu schauen, wo wir ja im Augenblick aufgerufen haben zu einem Tarifvertrag pädagogische Qualität und Entlastung und sich der Berliner Senat verweigert, diesen zu verhandeln. Also vielleicht sollten wir mal gucken, welche Wege wir noch gehen können, als nur so Appelle allgemein an die Politik zu schicken. Das klingt schon nach einem heißen Herbst. Frau Koch, wollen Sie weitermachen? Ja, ich werde dann doch mal an die Politik appellieren, Elke. Ich weiß, es ist das ewige Spiel, aber ich möchte wirklich noch mal appellieren, dass auch Bund, Länder und Kommunen sich der gemeinsamen Verantwortung bewusst werden müssen, die sie haben, auch für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland, egal welche Problemlagen wir deutschlandweit haben. Und das, was Frau Sipper gesagt hat, was heißt es, Auswahlzeiten einzuberechnen, das heißt Urlaub, Weiterbildung, durchschnittliche Krankentage und die gesamten Öffnungszeiten einer Einrichtung zu berücksichtigen, kindgerechte Fachkraft, Kindrelation muss das Ziel Nummer eins bleiben, im Zweifel mit bundesweiten Standards. Und noch mal wichtig, zur Sicherung pädagogischer Arbeit gehört auch ausreichend Zeit, und zwar von Nachbereitung, Anleitung von Auszubildenden, regelmäßige Reflexion des eigenen Handels, Eingewöhnung und Zeit für Austausch mit Eltern. Diese Zeit ist Arbeitszeit und muss deshalb bei Personalkosten und auch den Schlüsseln berücksichtigt werden. Das macht qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung aus. Und wenn wir das nicht haben, dann sind Einschnitte unvermeidbar. Wichtig ist mir noch mal zu sagen, für viele ostdeutsche Kommunen steht Lebensqualität auf dem Spiel aktuell tatsächlich. Der Kindermangel bedroht neben den Kitas auch viele andere Strukturen, also perspektivisch vor allen Dingen, Vereine, Jugendclubs, Schulen. Also was in den Kitas anfängt, wird sich ja fortsetzen. Daseinsvorsorge und besondere Orte für Kinder und Jugendliche und für Familien müssen gerade in ländlichen und strukturgeschwächten Regionen unbedingt bewahrt werden. Weil es ist klar, Fachkräfte, die wir einmal entlassen und Kitas, die mir einmal schließen, lassen sich eben nicht mal so eben einfach wieder öffnen und einstellen. Das haben wir schon in den 90er Jahren in den ostdeutschen Bundesländern gelernt und auch aus den Folgen der Pandemie. Die vielen Restaurants, die wir jetzt alle vermissen und die vielen Restaurants, die keine gastronomischen Fachkräfte mehr finden, weil die woanders sind. Diese Entwicklung muss mit politischem Willen zum Erhalt von Strukturen unbedingt verhindert werden. Und das ist uns wirklich, wirklich wichtig. Auch für den Erhalt demokratischer Strukturen übrigens. Frau Schöner. Ja, ich glaube, ein großes Problem in der gesamten öffentlichen Diskussion so um die Kitas ist, dass immer alles so ausweglos erscheint. Und es ist ja auch hier so, es ist ja auch klar, wir reden irgendwie über den Kollaps des Systems von der Krise, von Personalmangel, von unhaltbaren Zuständen. Und es geht aber nur ganz selten darum, was für ein Schatz Kitas eigentlich auch sind und was eine tolle Erzieherin im Leben vieler Kinder langfristig bewirken kann. Also ich denke, man muss sich das mal vorstellen und das auch vermitteln, fast alle Mütter und Väter möchten ihre Kinder heutzutage dort betreut wissen und man kann dort alle Familien erreichen. Das ist ja eigentlich auch eine riesige Chance und ich glaube inzwischen auch als Journalistin, dass man viel mehr Kraft da reinstecken muss, zu vermitteln, was wir da alle zu gewinnen haben, wenn wir uns mehr für frühkindliche Bildung interessieren und als Gesellschaft da hinein investieren. Weil am Ende ist es ja schon so, kein Mensch möchte ein schlechtes System retten. Also niemand möchte dafür kämpfen und viel Geld ausgeben, dass irgendwas, was nicht gut läuft, ein klein bisschen weniger schlecht läuft. Und deswegen glaube ich, wenn man Reformen, um Reformen durchsetzen zu können, braucht man auch diese positiven Ziele, die man damit verbindet. Frau Rimsberger-Kehme, wir sind gespannt auf Ihre Letzten. Ich schließe da gerne an und ich sehe es als ein wichtiges und positives Ziel, dass wir die Qualifizierung und Professionalisierung der Fachkräfte einfach mit aller Kraft unterstützen. Und da packe ich mich auch an die eigene Nase, also in der Fort-, in der Ausbildung, in der Weiterbildung, im Studium, in der Praxisanleitung, dass wir da wirklich schauen, Interaktionskompetenz in den Vordergrund zu rücken und da die Fachkräfte, die angehenden Fachkräfte wirklich zu unterstützen, dass sie gut auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen können. Das ist das eine. Das andere wäre, dass wir auch Ansätze zur Interaktion in Krisensituationen, und dass wir da noch viel, viel stärker hingucken müssen, um Kinder mit Verhaltensweisen, die für uns schwierig sind, noch besser unterstützen zu können. Und das bedeutet auch, dass wir hingucken müssen, welche herausfordernden Lebenslagen haben denn eigentlich Familien? Wie können wir Familien unterstützen? Peter Sozialarbeit, wir haben es vorhin angesprochen, spielt hier eine wichtige Rolle. Dritter und meines Erachtens auch sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Gesundheitsfürsorge für das pädagogische Personal. Es wird nie im Leben ohne das pädagogische Personal gehen. Also wenn wir nicht gucken, dass es den Fachkräften selber gut geht, dann können wir bei den Kindern gar nicht erst anfangen. Also die Fachkräfte stärken und unterstützen, auf ihre Gesundheit achten. Das ist noch ein Punkt, den ich gerne einbringen möchte. Frau Süchting, Sie dürfen als Fachkraft jetzt hier die letzte in der Runde sozusagen nochmal Ihre Rückmeldung geben. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an alle anderen. Ich kann einfach nur noch sagen, wir können einfach nicht den einfachen Weg jetzt mehr gehen. Wenn die Entscheidungsträger die Qualifikationsstandards beim Personal absenken, schadet das einfach den Kindern. Gleichzeitig gehen wir gerade das Risiko ein, dass immer mehr qualifizierte Fachkräfte überlastet sind und die Arbeit nicht mehr leisten können, die sie leisten möchten. Unter den Bedingungen wird dann langfristig auch das Qualifikationsniveau sinken. Und ja, auch das schadet den Kindern. Aber gute Qualität in den Kitas ist die Basis für spätere Bildungserfolge von Kindern und hat somit einen Einfluss auf unsere Gesellschaft und die Wirtschaft. Damit die Kitas ihre Aufgabe erfüllen können, müssen alle mithelfen. Alle müssen anpacken und ich fordere nochmals dazu auf, reiß das Ruder herum, denn starke Kinder brauchen starke Kitas. Also mein großes Dankeschön an Sie alle hier in der Runde für diese auch jetzt kurzen zusammenführenden Worte nochmal am Ende, die auch wieder deutlich gemacht haben, wie wichtig es ist, diese sehr unterschiedlichen Perspektiven auch zu berücksichtigen. Wir sind damit jetzt auch schon am Ende unseres Web Talks angekommen. Und mein Dank gilt nicht nur Ihnen, sondern auch tatsächlich all denen, die treu hier mit dabei geblieben sind. Wir waren knapp 400 Personen in der Runde und es sind jetzt immer noch deutlich über 300. Das zeigt, dass es eine spannende Diskussion hier war und spannende Perspektiven da waren. Danke nochmal, dass Sie sich so zahlreich dazu geschaltet haben. Es ist deutlich, glaube ich, geworden heute, das ist keine einfache Zeit, weder für die Fachkräfte, noch für die Eltern, noch für die Kinder. Und der Web Talk hat auch gezeigt, dass es wichtig ist, auch nochmal über neue Wege nachzudenken und dass wir aber vor allen Dingen bei allen Reformüberlegungen auch immer die langfristigen Folgen für die Kinder mitdenken müssen. Es ist deutlich geworden, dass es eine Verantwortungsgemeinschaft braucht, die auch den pädagogischen Fachkräften sozusagen den Rücken stärkt und dass sie aber vor allen Dingen auch mit einbezogen werden müssen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung auch allen, die zugehört haben, weitere Denk- und Diskursanregungen geben konnten. Und ich schließe gerne mich auch nochmal an an den Appell von Frau Schöner, dass wir auch dazu beitragen sollten, wie das, finde ich, auch diese Runde gemacht hat, auch die positiven Seiten dieses wunderbaren Feldes aufzuzeigen und diese wertvolle Arbeit, die von Ihnen allen geleistet wird. Damit wirklich nochmal mein Dankeschön an Sie. Ein Hinweis noch, wir veröffentlichen demnächst diesen Zusammenschnitt hier auch auf dem YouTube-Kanal der Stiftung. Da können Sie entweder selber nochmal nachsehen oder auch empfehlen anderen, die nicht dabei sein konnten. Im Nachgang hier jetzt finden Sie gleich die Hinweise auf Materialien, die wir noch dazu veröffentlicht haben und auch unsere Kontaktdaten, falls Sie uns im Nachhinein nochmal kontaktieren wollen. Meinen herzlichen Dank an Sie alle und ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Nachmittag heute noch und einen guten Rest der Woche. Vielen Dank.